Hier? Drachen? Arsch Oh da, unten sehe ich den Namen Zack Oh scheiße, das ist ein Skelett Scheiße, schon wieder reingefallen Bist du schon wieder am Sneaken? Ich bin am ausleuchten Oh Lapis Auch Lapis nehmen wir gerne mit Und Threadstone Zack Also Danke Oh Oh Bo Also das Höhlensystem ist komplexer als ich dachte Ist es immer Ist es immer auch Man muss immer drauf achten, dass man nix übersieht Wissen gängen Ja Ja Leider habe ich keine Diaz bezacke Warum? Was hast du gefunden? Hier kann man so viel Obsidian farmen Ja, für was brauchen wir große Obsidian oder? Bauertes Stimmt auch wieder Scheiße, stimmt Wir brauchen als erstes also doch ne Spia- Spitzhacke Also eine Dia-Spitzhacke Heißt wir brauchen also Minimum 5 Diamanten Nein, du schubst mich nicht in die Lava Verbrenn-Zombie Wow, da ist schon wieder der Ridge Wie viel Ridge sind hier bitteschön? Alle wollen sie dich Oh Leere Potion Zwei Leere, äh, Glass Bottles Au Wusste doch, dass ich nichts So Wir wollen ja nämlich ja unsere U-Bahn-Station ja auch noch größer machen Die Frage ist, was soll das werden? Eigentlich Durchgangs-Station oder komplett? Also Da Es könnte Wenn man so will Erstmal als Zentrum dienen Vielleicht ne kleinere Zentrum Weil wir haben uns ja im Minecraft wirklich schlau gemacht Über alle möglichen Bauten Und das ist ziemlich hardcore Plus die Welt funktioniert nicht von denen Oh Nein, scheiße Späte, Späte, Späte Alter, wie viele Tommi sind hier Scheiße, ich brauche Ich lag so wie den Mh Dann bist du vielleicht an einem Spawner? Autsch Alter Tommi da doch verrecken Ah Stopp, 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 stopp Ich hab nur... Okay, jetzt hab ich Oh, Gold Oh ne Oh ne Was? Creeper mit nem Bogen sitzen daneben Aua Zambi 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 Zambiis Und das ist ein Skelett, den ich treffen können Ähm, ich hab jetzt fast ne Stacks Kohle schon Und nen halben Stack Äh... Eisen Mh Dafür hab ich Gold Gold hab ich auch schon gesehen, weil mir... Komm, kam aber nicht grad... nicht ganz so toll hin Komm, kam aber nicht grad... nicht ganz so toll hin Hier sollte ich erst mal ausleuchten, bevor ich abbaue Hier sollte ich erst mal ausleuchten, bevor ich abbaue Also... Ich hab Minimum jetzt schon zwölf Skelette gekillt Ich bin grad auf ne reiche Eisenader gestoßen Mh, ich bekomme immer nur die kleinen zwei... äh... Iron... Ohr... Adern Ah, ich bau grad die Fünfe ab So... Dafür hab ich ne Sechser Gold bekommen Mh... So... Dann noch das hier... Mh... Also... Mh... 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 Jetzt liegt schon alles... Weint leider so... Ich habe jetzt schon ein Stack und 13 an Eisen. Und der nächste Zombie. Also diese Höhle ist hier mal verzweigt. Die Ecke ist jetzt auch ausgeleuchtet. Wow, 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 wow. Nein, scheiß, da hat es jetzt ein bisschen was mitgenommen an. Ich habe aber auch schon wieder fast einen Stack, Redstone, also nachdem meine... Ich bin bei fast weiß 6, Redstone. Ach, und ich habe oben mal eine Doppelkiste hingestellt. Okay. Und ich habe hier mal wieder eine größere Erzader. Oh, scheiße, das sollte ich vielleicht nicht kennen. Okay. Vielen Dank.